Ja, ich bin Barbara. Ich bin zum zweiten Mal dabei bei der Tauch-Safari mit der Oceanus. Wir hatten wieder superste Bedingungen. Glatte See, angenehme Temperaturen, wenig Wind, tiefe Sicht, das war prima. Das Schiff ist bestens geeignet für solche Aktionen und der organisierende Veranstalter, Nick-Linder hat begleitet und Tipps gegeben, immer wenn es jemand brauchte. Klasse Gruppe, klasse Crew, tolles Essen. Also ich finde es rundherum toll. Ich würde sehr, sehr gerne, wenn es irgend möglich ist, nächstes Jahr wiederkommen. Allerdings, wenn es wieder im September ist, würde ich einen 5 mm Aktionen haben.